Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends. Weiter geht's. Erstmal Soundcheck. Und weiter geht's. 20.000 Looms. In welchem Level bin ich jetzt gerade? In dem hier. Das kam erst mal wieder im Weg. Warum? Palast in der Tiefe. Also muss ich durch einen Palast. Ich hab das Herz bekommen. Das ist immer nützlich. Feierstuhl. Was ist hier oben eigentlich? Da komme ich leider noch nicht dran. Und da unten auch nicht. Ich musste mir den Strom erst mal abstellen. Kann man die überhaupt hauen? Ah. Ah. Gut versteckt. Hm. Nein. Wuhu. Knapp, aber es ging. Wuhu. Schöner Wurm. Da ist der Schalter. Das will ich mir erst mal zuerst haben. Dunkel. Oh. Die schon wieder. Ja. Puck, soja. Oh, no, 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 no. Na. Oh. 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 Ich hoffe, ich kriege alle Ich hoffe, ich werde Oho Fußball wieder Erster Treffer Mit dem ersten schon getroffen Ein Versuch und schon Treffer Oho Und weiter geht's Der Alter Alter Nein Ich werde oben ran an die An die Lampe Oh, hier ist schon wieder So ein paar Sachen, wo ich jetzt nicht hin konnte Oho Oho Wie kann man an den ran Oho Au. Mich erwischen sie doch. Geh weg da. Los, geh weg da, du blöde Leser. Hehehe, bin durch. Und weiter. Boah. Boah. Na. Was? Au. Hey, habe ich ja gut geschafft. Huuuuh. Verdammt. Nein. Nein. Ich fahr zu langsam. Ich fahr zu langsam. Boah. Das war ganz schön in der Hindernisparcours. Aber ich habe es geschafft. Huuuuh. So ein Hindernisparcours. Boah. Boah. Und ich müsste alle Kleinlinge haben. Boah. Und es hat gleich einen. Oh, ein neues Küffeltier Achso Hä, warum geht es aber mal wieder? Okay Okay Wie viele Bäume noch mal für das nächste? Uah, noch 17.000 Ich glaube, das wäre der richtige, der jetzt dran war Ich werde jetzt auf jeden Fall Die Noch in diesem Part Versuchen, diesen Heimgesuchter zu schaffen Das müsste ja gehen Was? Was muss ich machen? Oh, Mann Was? Nein Da solltest du nicht hin Das ist ein bisschen kompliziert Man muss ein bisschen auswendig lernen Okay Eigentlich solltest du schlagen Das ist ein bisschen Am Ende habe ich mich ein bisschen blöd angestellt. Na, so sollte es jetzt nicht passieren. Oh ja. Nein! Das kann doch nicht sein. Dass ich das nicht schaffe. Was soll das? Spring doch richtig ab. Ich kann das jetzt auch vergessen. Ich habe zu viel Zeit gesplampert. Ich habe zu viel Zeit gesplossen. 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 Gut. Ich mache jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part. Ich habe zu viel Zeit gesplossen. Ich habe zu viel Zeit gesplossen.